Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir dem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake für die PS5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Wir sind jetzt stehen geblieben, als wir im Labyrinth angekommen sind und haben jetzt, ich glaube, zwei Ebenen geschafft. Eine, wir sind, glaube ich, gerade in der zweiten. Und da schauen wir uns doch jetzt mal um, wie es hier weitergeht. Also, ohne groß zu reden, machen wir weiter. Let's go! So, hier läuft alles, jo. Genau, wir sind nämlich jetzt hier angekommen in einer anderen Ebene und zwar dem verlassenen Bereich. Genau, das hatten wir alles abgeschlossen. Genau, zu der seltsamen Wand können wir noch nicht. Und Maria haben wir auch getroffen, genau. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal hier um. Ich bin euch wieder mal in der Munition im Weg. Yay. So, ist besser. Schauen wir mal, was hier abgeht. Okay. Ich gehe mal hier rein. Ja, Munition wäre ganz gut, weil ich sehr viel beim letzten Boss verballert habe. Also gerade Schropflinde und mein Gott, wo geht's denn überall hin? Hier geht's runter. Ja, bevor ich runtergehe, schaue ich mich erst mal hier um. Oh, hallo. Ciao, Kollege, du bist ein bisschen zu früh rausgekommen. Wer ist ein bisschen später gekommen, hätte das mehr Effekt gehabt. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier können wir Abkürzungen freischalten. Wow. Jetzt sind wir wieder beim Speicherpunkt. Ja, okay. Aber anderen Weg, ach doch, wir können oben noch weiter lang. Schauen mal da auch gleich mal. Was es hier so gibt. Abgesehen von Heilung. Okay, hier unten drunter durch. Hallo. Willst du nicht durch? Ah, da steht was. Okay. Dann bleibt uns nur die Lader. Oder? Ja. Dann gehen wir die Lader runter. Äh, wo ist er hin? Ja. Ne, da. Genau. Ja, wir haben schon noch ein Stückchen vor uns bei dem Spiel. So schnell ist das nicht zu Ende. Ja, wer nervt hier. Bleib liegen. Kommt hier Blut? Nicht wirklich. Hier ist noch einer. Das war wohl nichts. Ich glaube, wo es hierbei lang geht. Ich schaue natürlich in allen Ecken nach. Ich wollte gerade sagen, hier bin ich daher gekommen. Aber nee. Hier sind wir nicht hergekommen. Wo sind wir? Okay. Für die Abkürzung brauchen wir noch was. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Brauchst gar nicht in Japan. Au. Ihr seid zu laut. Euch hört man. Mein Gott. Das ist wirklich das reinste Labyrinth hier. Ich seh'n. 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 Gucken hier erstmal weiter. Einfach mal auf dem Boden eine Heiltrank, warum nicht? Oh. Das war's. Dann doch zur Leiter. Ja. Ich vermute mal so 5 Stunden geht's bestimmt noch. Meine Einschätzung nach. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall kein kurzes Horror-Spiel. Das kann man sagen. Das ist der Weggerannt. Hallo, du brauchst nicht wegrennen. Das hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Hm. Okay, ich will vielleicht eine Abkürzung. Ja, dachte ich mir. Ein Shortcut. Oh, was haben wir hier? Kleiner Schlüssel. Mikrofon, bleib mal ruhig. Für was ist der? Er scheint nicht für Türen gemacht zu sein. Okay. Äh, hä? Für was denn dann? Okay. 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 Da hab ich oben wahrscheinlich noch was verges- also nicht gesehen, wo ich's benutzen kann. So mal hier. Ist das dunkel, ey. Hier war man auch noch nicht, gell? Nö. Aber hier gibt's noch Munition. Aber hier gibt's noch Munition. Können wir die Kette vielleicht damit- Nee, glaub ich nicht, oder? Ist das für die Kette hier? Doch. Oh, das war eine Handschäle. Oh, das war eine Handschäle. Oh, das war eine Handschäle. Habt ihr schon gesehen? Zu nah. Gnadenlos. Okay. Komm ich wieder drauf her. Hm. Das sind mittlerweile auch lächerlich, die Dinger. Zu vorhersehbar. Mal, 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 nur. Naja, ist schon ein bisschen... Ja, ist früh. Nee. Was haben wir hier? Bolzenschnader, oder? Das ist ja ein ganz schweres Rätsel. Aber wo sind wir eigentlich genau? Ist das jetzt so eine Art Bunker, oder? Würde mich echt mal interessieren. Eine Gewehrkugel. Wahnsinn. Was haben wir jetzt? Das ist aber auch ein Gebiet, ey. Wo hast du gerade hingeguckt? Oh, hier. Ah, okay. Wir müssen ja da durchgehen. Wir müssen ja da durchgehen. Wir müssen ja da durchgehen. Ich verstehe das Problem. What the fuck? Ist immer eine Runde gelaufen, okay. Aber ging es nicht noch nach links? Nee. Ist das Fahrstuhl? Nee. Oh nee, jetzt kommen doch die Dingerwitter. Ach du Heilige. Macht denn er hier? Renn Pyramid Head hier erstmal rum. Warum? Gott, ist das ein Labyrinth. Ich glaube, das sind mittlerweile, also mittlerweile glaube ich echt nur, dass das Sammelobjekte sind. Was anderes ist das nicht. Das war's jetzt hier, oder was? Ja. Mehr ist hier nicht. Gut, dass der nicht an der Treppe wartet. Das wäre eher schlecht. Inneres Heiligtum. Kommt der hier rein? Ich will lesen, was das für eine Trophäe ist. Ich wollte es jetzt nicht an. Na egal. Guck ich dann für mich nach. Aber was soll ich jetzt hier? Ach hier. Mehr ist hier nicht. Okay. Das ist sein Zuhause, oder was? Hier ist er. Können wir uns ihn mal angucken. Er steht da erstmal. Dann werden wir nochmal hier. Krankenschwester. Oh. Hey. Geh geblieben. Hm. Ich pupse den ganzen Weg hier zu. Kein Plan, wo ich hier lang laufe. Ah, hier gibt es anscheinend wieder einen Shortcut. Oh ne. Hier ist ein Bolzenschnader. Den nehmen wir mit. Ja, das ist ein Shortcut. Da wollen wir noch nicht lang. Sind wir noch nicht fertig. Da oben rechts geht es auch noch lang. Das würde ich mir auch gerne angucken. Ja, okay. Immerhin Munition. Ist toll und gucke ich. Ruflinie ja mal wieder schön. So, die brauchten das jetzt für... Oh Gott. Wo war jetzt der Draht-Zaun? Aber unten, gell? Hä? Hat er gerade nicht eingezeichnet oder was? Kabel. Hätt ich mir merken sollen. Hat sich eingezeichnet. Der Sack. Wenn man mal hier war. Genau, dann ging es hier runter. Ne, das war ja Blödsinn. Ich glaube, wir müssen zu 6. 6 ist da unten bei ihm. Da wo... Ja doch, wir müssen wieder zu 6 runter. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Der Pyramid Head wird nach unten warten. Und zwar dann... Rechts. Wir sind einfach nur denselben Weg wieder zurückgelaufen. Wenn wir denn können. Also auf jeden Fall noch da unten. Ich bin alles voll mit Gegnern hier. Lauf! Ist nicht wahr, ey. Hier ist immer richtig. Natürlich war da unten jetzt alles voll mit Gegnern, ey. Was sonst? Weißer Punkt oder nur eine rote Lampe? Scheinbar nur eine rote Lampe. Hier kommt immer tiefer. Wie viele Kilometer sind wir denn jetzt schon unter der Erde? Und wieder ein Loch zum Reinspringen. Euer Ernst? Irgendwann wird es böse enden. Oh, jetzt sind wir wieder zurück. Was hat das jetzt gebracht? Das wird ja immer noch nicht frei sein, oder? Nee, man hört es ja. Was ist mein Ziel hier? Ich verstehe es nicht. Können wir mal kurz zu Maria gehen? Hat aber nichts zu erzählen. Ich verstehe irgendwie den Sinn hier nicht so ganz dahinter. Ja, ich verstehe schon, dass ich die Wand da aufmachen muss. Da unten. Aber wie? Wo war ich denn schon? Hier war ich ja jetzt gerade, oder? Nee. Hier war nur dieser, wo... Ja, okay. Hier ist wieder was da. Nee, das ist ein anderer Raum. Eine Pistolenkugel. Wahnsinn. Okay, den hatte ich noch nicht gehabt. Den hatte ich, glaube ich. Okay, guck nochmal alle nach. Das war, glaube ich, der erste, den wir hatten. Nee, das war gar nichts. Ja, hier wird nicht viel erklärt. Hier war, glaube ich, auch nur Material. Die waren doch jetzt überall drin, oder? Was? Da mehr ist denn nicht. Hallo, ich kann nicht laufen. Hallo? Und das? Hä? Essrätsel fände ich hier ein bisschen blöd. Das ist gut. Ich glaube ich gerade dasselbe, okay. Hey, wo war ich denn jetzt hier noch nicht drin? Okay, so gleich kommt letzter Akkasse. Geht ja gar nichts. Komm, ich geh jetzt mal kurz hier gucken. Jetzt geht's jeder... Also es war dasselbe, okay. Aber das jetzt durch. Hier ist ne Tür. Wo geht's denn hier hin? Als ob. Hä? Hä, ich find das ein bisschen Blödsinn gemacht. Ganz ehrlich. Ah, hier. Wow. Man sollte mal hier raus gucken. Dreieck und Kreuz nach unten. Hä? Da liegt was. Sagt das schon ne Motta? So. So, Dreieck und Kreuz nach unten. Hallo. Lauf doch mal. Also das hier. Man muss also aus den Fenstern raus gucken. Um zu sehen wo man lang kann. Aber ich glaub das war, da waren wir schon. Was? Keine Karte. Ach so, wir müssen wo immer... Kreis zerstörten Bereich. Oh, okay. Schreiben wir's auch mal richtig. Was geht denn jetzt? Überall da ist... Die stehen gerade auf. Die wollen gerade aufstehen. Gott. Was? Ey, waren wir hier nicht sogar schon mal? Das sieht mir so bekannt vor aus. Wer hätt's gedacht. Was? Äh. Äh. Hallo. Was ist denn jetzt? Er weiß. Wow. Heißt ernsthaft? Er ist irgendwie nicht mehr aktiv. Achso, man hätte eigentlich die Zeit abwarten müssen. Okay. Creepy, gar nicht am Start. Die ist doch durchgegangen einfach. Seid doch mal nicht so aggressiv hier. Die sehe ich. Man muss einfach nur die Zeit abwarten eigentlich. Also man muss sie nicht killen. Ach nee. Jetzt kommt die unteren wieder. Ah ja. Was sonst? Einfach nur durchhalten. Hä? Was ist denn? Was ist denn? Was ist das? Also, es sind zwei, oder? Alles doch gut jetzt. Mein Gott. Ah, knapp. Das sind vier, beide mal auf. Dankeschön. Hallo? Das war jetzt ein bisschen lame, muss ich sagen. Ja, ein bisschen haben wir noch. Können wir weitermachen. Ach du Scheiße. Ja, und ohne? Lass mich rollen. Wann daneben. Au. Ja, und jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Äh. Was war ihr dagegen hauen, oder was? Was war ihr dagegen? Äh. Was soll ich sagen? Ich schubs nicht, ich bürgge heute im Ruster. Ja genau. Es geht hier immer weiter auf. Ach er muss näher, ah ich verstehe. Umso näher er kommt, umso mehr eröffnet sich das. Ich hab verstanden, da muss er erst mal drauf kommen ey. Echt. Oh wir sind bei Maria, kommen wir jetzt raus. Ich glaub wir haben das aber richtig endlich geschafft. Jaaaay. Okay. 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 Amen. 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 Hä? Ich raff gar nichts. So, er ist jetzt auf einmal tot und hä? Ich verstehe hier noch Bahnhof. Aber okay. Hab ich gerade was gehört? Nö, okay. Kann ich jetzt durch die Wand gehen? Nö. Oh, der Würfel ist kaputt. Sein Schwert. Ach so, ich muss es jetzt aufmachen. Ah, das Schwert öffnet den Weg. Jetzt kannst du es hinlegen. Ich kann es sogar selbst ablegen. Okay. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Auf einem Friedhof ganz tief unter der Erde. Und was uns hier das alles sagen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin haut rein. Euer Dummste. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.